Dies ist ein wunderbares, gesegnetes Buch von Alan G. White über das Leben Jesu. Kapitel 10 Die Stimme in der Wüste Dieses Kapitel beruht auf Lukas 1 und 3. Matthäus 3 und Markus 1 Aus der Mitte der Gläubigen in Israel, die lange auf das Kommen des Messias gewartet hatten, ging der Vorläufer von Christus hervor. Der alte Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth waren beide gerecht vor Gott, und in ihrem stillen und heiligen Leben leuchtete das Licht des Glaubens wie ein Stern inmitten der Finsternis jener bösen Tage. Diesem gottesfürchtigen Paar wurde die Verheißung eines Sohnes gegeben, der vor dem Angesicht des Herrn hergehen und seine Wege bereiten sollte. Zacharias wohnte im Bergland von Judea, Aber er war nach Jerusalem hinaufgegangen, um eine Woche lang im Tempel zu dienen, ein Dienst, der zweimal im Jahr von den Priestern einer jeden Ordnung verlangt wurde. Und es begab sich, dass er, während er das Priesteramt vor Gott ausübte, nach dem Brauch des Priesteramtes, sein Los war, zu räuchern, wenn er in den Tempel des Herrn ging. Er stand vor dem goldenen Altar an der heiligen Städte des Heiligtums. Die Wolke des Räucherwerks mit den Gebeten Israels stieg vor Gott empor. Plötzlich wurde er sich einer göttlichen Gegenwart bewusst. Ein Engel des Herrn stand zur Rechten des Altars. Die Platzierung des Engels war ein Zeichen der Gunst, aber Zacharias nahm dies nicht zur Kenntnis. Viele Jahre lang hatte er für das Kommen des Erlösers gebetet. Nun hatte der Himmel seinen Boten geschickt, um zu verkünden, dass diese Gebete bald erhört würden, aber die Barmherzigkeit Gottes schien ihm zu groß, als dass er sie glauben konnte. Er war von Angst und Selbstverurteilung erfüllt. Aber er wurde mit der freudigen Zusicherung begrüßt. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet wird erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und du sollst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn und weder Wein noch starkes Getränk trinken, und er wird erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und viele der Kinder Israels werden sich zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und die Ungehorsamen zur Weisheit der Gerechten, um ein Volk zu bereiten, das dem Herrn zubereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel. Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, und meine Frau ist sehr alt geworden. Zacharias wusste sehr wohl, wie Abraham in seinem hohen Alter ein Kind geschenkt wurde, weil er an den glaubte, der es verheißen hatte. Aber für einen Moment richtete der alte Priester seine Gedanken auf die Schwäche der Menschen. Er vergisst, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu erfüllen vermag. Welch ein Gegensatz zwischen diesem Unglauben und dem lieblichen, kindlichen Glauben Marias, der jungen Frau aus Nazareth, deren Antwort auf die wunderbare Ankündigung des Engels lautete, siehe, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Die Geburt eines Sohnes für Zacharias, wie die Geburt des Kindes von Abraham und die von Maria, sollte eine große geistliche Wahrheit lehren, eine Wahrheit, die wir nur langsam lernen und gerne vergessen. Aus uns selbst heraus sind wir nicht fähig, etwas Gutes zu tun, aber das, was wir nicht tun können, wird durch die Kraft Gottes in jeder unterwürfigen und gläubigen Seele gewirkt. Durch den Glauben wurde das Kind der Verheißung gegeben. Durch den Glauben wird das geistliche Leben gezeugt, und wir werden befähigt, die Werke der Gerechtigkeit zu tun. Auf die Frage von Zacharias sagte der Engel. Ich bin Gabriel, der vor dem Angesicht Gottes steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu verkünden. Gabriel hatte Daniel 500 Jahre zuvor die prophetische Zeitspanne angekündigt, die bis zum Kommen Christi reichen sollte. Das Wissen, dass das Ende dieser Zeitspanne nahe war, hatte Zacharias veranlasst, für das Kommen des Messias zu beten. Nun war der Bote, durch den die Prophezeiung gegeben worden war, gekommen, um ihre Erfüllung zu verkünden. Die Worte des Engels. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, zeigen, dass er in den himmlischen Höfen eine hohe Stellung einnimmt. Als er mit einer Botschaft zu Daniel kam, sagte er. Es gibt keinen, der in diesen Dingen mit mir ist, außer Michael, deinem Fürsten. Das ist Christus. Von Gabriel spricht der Heiland in der Offenbarung, in dem er sagt. Er sandte seinen Engel zu seinem Knecht Johannes und gab ihm ein Zeichen. Und dem Johannes erklärte der Engel. Ich bin ein Mitknecht mit dir und mit deinen Brüdern, den Propheten. Ein wunderbarer Gedanke, dass der Engel, der in der Ehre neben dem Sohn Gottes steht, derjenige ist, der auserwählt ist, den sündigen Menschen die Absichten Gottes zu eröffnen. Zacharias hatte Zweifel an den Worten des Engels geäußert. Er sollte nicht mehr sprechen, bis sie erfüllt waren. Siehe, sagte der Engel, du sollst stumm sein, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. Es war die Pflicht des Priesters in diesem Dienst, für die Vergebung der öffentlichen und nationalen Sünden und für das Kommen des Messias zu beten, aber als Zacharias versuchte, dies zu tun, konnte er kein Wort sprechen. Als er herauskam, um das Volk zu segnen, winkte er ihnen zu und blieb sprachlos. Sie hatten lange gewartet und sich zu fürchten begonnen, dass er vom Gericht Gottes niedergestreckt worden war. Doch als er aus dem Heiligtum hervortrat, leuchtete sein Gesicht von der Herrlichkeit Gottes, und sie erkannten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Zacharias teilte ihnen mit, was er gesehen und gehört hatte, und sobald die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er in sein eigenes Haus. Bald nach der Geburt des verheißenen Kindes wurde die Zunge des Vaters frei, und er redete und lobte Gott. Und es kam eine Furcht über alle, die um sie hier wohnten, und alle diese Reden wurden im ganzen Bergland von Judäa bekannt. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen. Was für ein Kind soll das sein? All dies sollte auf das Kommen des Messias hinweisen, für das Johannes den Weg bereiten sollte. Der Heilige Geist ruhte auf Zacharias, und mit diesen schönen Worten prophezeite er die Sendung seines Sohnes. Aber auch du, kleines Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn einhergehen, um seine Wege zu bereiten, um Erkenntnis des Heils seinem Volk in Vergebung ihrer Sünden zu geben, wegen des herzlichen Erbarmens unseres Gottes, mit dem uns ein Aufgang aus der Höhe besuchen wird, zu erscheinen den in Finsternis und Schatten des Todes Sitzenden, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken. Und das Kind wuchs und wurde stark im Geist und war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er Israel erscheinen sollte. Vor der Geburt von Johannes hatte der Engel gesagt. Er wird groß sein in den Augen des Herrn und weder Wein noch starkes Getränk trinken, und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Gott hatte den Sohn von Zacharias zu einem großen Werk berufen, dem größten, das den Menschen je aufgetragen wurde. Um dieses Werk zu vollbringen, musste der Herr mit ihm zusammenarbeiten. Und der Geist Gottes würde mit ihm sein, wenn er die Anweisungen des Engels befolgen würde. Johannes sollte als Bote des Herrn hinausgehen, um den Menschen das Licht Gottes zu bringen. Er sollte ihren Gedanken eine neue Richtung geben. Er sollte ihnen die Heiligkeit der Anforderungen Gottes und ihr Bedürfnis nach seiner vollkommenen Gerechtigkeit vor Augen führen. Ein solcher Bote muss heilig sein. Er muss ein Tempel für den ihm innewohnenden Geist Gottes sein. Um seinen Auftrag erfüllen zu können, muss er eine gesunde körperliche Verfassung sowie seelische und geistige Kraft haben. Deshalb muss er seine Verlangen und Leidenschaften beherrschen. Er muss in der Lage sein, alle seine Kräfte so zu steuern, dass er unter den Menschen so unbeeindruckt von den ihn umgebenden Umständen stehen kann wie die Felsen und Berge in der Wüste. Zur Zeit von Johannes dem Täufer war die Gier nach Reichtum und die Liebe zu Luxus und zur Schaustellung weit verbreitet. Sinnliche Vergnügungen, Schlemmen und Trinken, verursachten körperliche Krankheiten und Entartung, betäubten die geistigen Wahrnehmungen und verringerten die Empfindsamkeit für Sünde. Johannes sollte als Erneuerer auftreten. Durch sein enthaltsames Leben und seine schlichte Kleidung sollte er die Ausschweifungen seiner Zeit zurechtweisen. Deshalb wurden die Eltern von Johannes durch einen Engel vom Thron des Himmels zur Mäßigung ermahnt. In der Kindheit und Jugend ist der Charakter am stärksten beeinflussbar. Die Kraft der Selbstbeherrschung sollte dann erworben werden. Im häuslichen Kreis und am Familientisch werden Einflüsse ausgeübt, deren Folgen so dauerhaft sind wie die Ewigkeit. Mehr als jede natürliche Veranlagung entscheiden die in frühen Jahren angelegten Gewohnheiten darüber, ob ein Mensch im Kampf des Lebens siegreich oder besiegt sein wird. Die Jugend ist die Zeit der Aussaat. Sie bestimmt den Charakter der Ernte, sowohl für dieses als auch für das künftige Leben. Als Prophet sollte Johannes die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren und die Ungehorsamen zur Weisheit der Gerechten, um ein Volk zu bereiten, das für den Herrn bereit ist. Indem er den Weg für das erste Kommen Christi bereitete, war er ein Vertreter derer, die ein Volk für das zweite Kommen unseres Herrn vorbereiten sollen. Die Welt ist der Selbstverliebtheit verfallen. Irrtümer und erdachte Geschichten sind weit verbreitet. Satans Fallstricke zur Zerstörung der Seelen werden immer zahlreicher. Alle, die die Heiligkeit in der Furcht Gottes vervollkommenen wollen, müssen die Lektionen der Mäßigung und Selbstbeherrschung lernen. Die Begierden und Leidenschaften müssen den höheren Kräften des Geistes untergeordnet werden. Diese Selbstzucht ist eine wesentliche Voraussetzung für die geistige Stärke sowie der geistigen Einsicht, die uns befähigt, die heiligen Wahrheiten des Wortes Gottes zu verstehen und umzusetzen. Aus diesem Grund findet die Mäßigung ihren Platz in der Vorbereitung auf das zweite Kommen Christi. Normalerweise wäre der Sohn von Zacharias für das Priestertum erzogen worden. Aber die Ausbildung in den rabbinischen Schulen hätte ihn für diese Aufgabe ungeeignet gemacht. Gott schickte ihn nicht zu den Lehrern der Theologie, damit er lernt, wie man die Heilige Schrift auslegt. Er rief ihn in die Wüste, damit er etwas über die Natur und den Gott der Natur lernen sollte. Es war eine einsame Gegend, in der er seine Heimat fand, inmitten von kargen Hügeln, wilden Schluchten und felsigen Höhlen. Aber es war seine Entscheidung, auf die Freuden und den Luxus des Lebens zu verzichten und sich der strengen Zucht der Wildnis zu unterwerfen. Hier war seine Umgebung günstig für die Gewohnheiten der Einfachheit und Selbstverleugnung. Ungestört vom Lärm der Welt konnte er hier die Lehren der Natur, der Offenbarung und der Vorsehung studieren. Die Worte des Engels an Zacharias waren dem Johannes von seinen gottesfürchtigen Eltern oft wiederholt worden. Von Kindheit an war ihm seine Sendung vor Augen gehalten worden, und er hatte das Heilige Amt angenommen. Für ihn war die Einsamkeit der Wüste eine willkommene Flucht aus der Gesellschaft, in der Misstrauen, Unglaube und Unreinheit fast allgegenwärtig geworden waren. Er misstraute seiner eigenen Kraft, der Versuchung zu widerstehen, und scheute den ständigen Kontakt mit der Sünde, um nicht das Gefühl für ihre übergroße Sündhaftigkeit zu verlieren. Von Geburt an Gott als Naziräer geweiht, machte er sich das Gelübde in einer lebenslangen Weihe zu eigen. Er kleidete sich wie die alten Propheten, in ein Gewand aus Kamelhaar, das mit einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Er aß Heuschrecken und wilden Honig, die er in der Wüste fand, und trank reines Wasser von den Hügeln. Aber das Leben von Johannes bestand nicht aus Müßiggang, enthaltsamer Schwermut oder selbstsichtiger Einsamkeit. Von Zeit zu Zeit ging er hinaus, um sich unter die Menschen zu mischen, und er war stets ein interessierter Beobachter dessen, was in der Welt geschah. Von seinem stillen Rückzugsort aus beobachtete er die Entwicklung der Ereignisse. Mit einer vom göttlichen Geist erleuchteten geistigen Weitsicht studierte er die Charaktere der Menschen, um zu verstehen, wie er ihre Herzen mit der Botschaft des Himmels erreichen könnte. Die Last seiner Mission lag auf ihm. In der Einsamkeit, durch Besinnlichkeit und Gebet, versuchte er, seine Seele für das vor ihm liegende Lebenswerk zu wappnen. Obwohl er sich in der Wüste befand, war er nicht frei von Versuchungen. Soweit es möglich war, verschloss er jeden Weg durch den Satan eindringen konnte, und doch wurde er immer noch vom Versucher angegriffen. Aber seine geistliche Wahrnehmung war klar, er hatte Stärke und Entschlossenheit entwickelt, und durch die Hilfe des Heiligen Geistes war er in der Lage, die Annäherungen Satans zu erkennen und seiner Macht zu widerstehen. Johannes fand in der Wüste seine Schule und sein Heiligtum. Wie Mose inmitten der Berge von Midian, war er von Gottes Gegenwart eingeschlossen und von den Zeichen seiner Macht umgeben. Es war nicht sein Los, wie der große Führer Israels in der feierlichen Majestät der einsamen Berge zu verweilen, aber vor ihm lagen die Höhen von Moab jenseits des Jordans und sprachen von dem, der die Berge befestigt und sie mit Kraft umgurtet hatte. Der düstere und furchterregende Anblick der Natur in seiner Heimat in der Wüste war ein lebendiges Bild für den Zustand Israels. Der fruchtbare Weinberg des Herrn war zu einer trostlosen Wüste geworden. Aber über der Wüste wölbte sich der Himmel hell und schön. Über den dunklen Wolken, die sich vor dem Unwetter zusammenzogen, leuchtete der Regenbogen der Verheißung. So erstrahlte über Israels Erniedrigung die verheißene Herrlichkeit der Herrschaft des Messias. Die Wolken des Zorns wurden durch den Regenbogen seiner Bundesgnade überspannt. In der Stille der Nacht las er die Verheißung Gottes an Abraham, dass sein Same so zahlreich sein würde wie die Sterne. Das Licht der Morgendämmerung, das die Berge Moabs vergoldete, erzählte von dem, der sein sollte wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Und in der Helligkeit des Mittags sah er den Glanz seiner Offenbarung, wenn die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden wird und alles Fleisch sie gemeinsam sehen wird. Mit ehrfürchtigem und doch jubelndem Geist suchte er in den prophetischen Schriftrollen nach den Offenbarungen über das Kommen des Messias, des verheißenen Samens, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, Silo, der Friedensstifter, der erscheinen sollte, bevor ein König auf Davids Thron aufhören würde zu herrschen. Nun war die Zeit gekommen. Ein römischer Herrscher saß in seinem Palast auf dem Berg Zion. Durch das sichere Wort des Herrn war bereits der Christus geboren. Jesajas begeisternde Schilderungen der Herrlichkeit des Messias waren sein Studium bei Tag und bei Nacht. Der Spross aus der Wurzel Isais, ein König, der in Gerechtigkeit regieren und mit Gerechtigkeit für die Sanftmütigen auf Erden richten würde, eine Zuflucht vor dem Unwetter, der Schatten eines großen Felsens in einem müden Land. Israel sollte nicht länger die verstoßene Frau und sein Land nicht mehr die Verlassene heißen, sondern vom Herrn meine Liebste und sein Land die glücklich Verheiratete genannt werden. Das Herz des einsamen Verbanden wurde von der herrlichen Vision erfüllt. Er blickte auf den König in seiner Schönheit, und er vergaß sich selbst. Er erblickte die Majestät der Heiligkeit und fühlte sich selbst als unfähig und unwürdig. Er war bereit, als Gesandter des Himmels hinauszugehen, unbeeindruckt vom Menschlichen, denn er hatte das Göttliche geschaut. Er konnte aufrecht und furchtlos vor den irdischen Monarchen stehen, weil er sich vor dem König der Könige verneigt hatte. Johannes verstand das Wesen des Reiches des Messias nicht ganz. Er erwartete, dass Israel von seinen nationalen Feinden befreit würde, aber das Kommen eines Königs in Gerechtigkeit und die Wiederherstellung Israels als heiliges Volk war das große Ziel seiner Hoffnung. So glaubte er, dass die Prophezeiung, die bei seiner Geburt gegeben wurde, in Erfüllung gehen würde. Dass wir seines heiligen Bundes gedenken, dass wir, aus der Hand unserer Feinde befreit, ihm ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Er sah, dass sein Volk verführt, selbst zufrieden und in seinen Sünden eingeschlafen war. Er sehnte sich danach, sie zu einem heiligeren Leben aufzurütteln. Die Botschaft, die Gott ihm zu überbringen gegeben hatte, sollte sie aus ihrer Schläfrigkeit aufrütteln und sie wegen ihrer großen Schlechtigkeit erzittern lassen. Bevor die Saat des Evangeliums Fuß fassen konnte, musste der Boden des Herzens aufgebrochen werden. Bevor sie bei Jesus Heilung suchen würden, müssten sie auf ihre Gefahr durch die Wunden der Sünde aufmerksam gemacht werden. Gott schickt keine Boten, um den Sündern zu schmeicheln. Er überbringt keine Friedensbotschaft, um die Ungeheiligten in tödlicher Sicherheit zu wiegen. Er legt schwere Lasten auf das Gewissen des Übeltäters und durchbohrt die Seele mit Pfeilen der Verurteilung. Die dienenden Engel zeigen ihm die furchtbaren Urteile Gottes, um das Gefühl der Not zu vertiefen und den Schrei auszulösen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann hebt die Hand, die den Reumütigen bis in den Staub gedemütigt hat, ihn wieder auf. Die Stimme, die die Sünde getadelt und Stolz und Ehrgeiz beschämt hat, fragt mit zärtlichem Mitgefühl. Was willst du, dass ich dir tun soll? Als der Dienst von Johannes begann, befand sich die Nation in einem Zustand der Aufregung und Unzufriedenheit, der an eine Revolution grenzte. Mit der Absetzung von Archelaus war Judea unmittelbar unter die Herrschaft Roms gebracht worden. Die Tyrannei und Erpressung der römischen Stadthalter und ihr entschlossenes Bestreben, heidnische Symbole und Bräuche einzuführen, entfachten einen Aufstand, der mit dem Bluttausender der tapfersten Israeliten erstickt wurde. All dies verstärkte den nationalen Hass gegen Rom und vergrößerte die Sehnsucht, von seiner Macht befreit zu werden. Inmitten von Zwietracht und Streit ertönte eine Stimme aus der Wüste, eine Stimme, die erschreckend und streng, aber voller Hoffnung war. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit einer neuen, seltsamen Kraft bewegte sie die Herzen der Menschen. Die Propheten hatten das Kommen Christi als ein weit in der Zukunft liegendes Ereignis vorausgesagt, aber hier wurde angekündigt, dass es unmittelbar bevorstand. Die einzigartige Erscheinung von Johannes erinnerte die Zuhörer an die alten Seher. In seinem Auftreten und seiner Kleidung glich er dem Propheten Elia. Mit dem Geist und der Kraft des Elia brandmarkte er die nationale Verderbtheit und wies die vorherrschenden Sünden zurecht. Seine Worte waren klar, deutlich und überzeugend. Viele glaubten, er sei einer der von den Toten auferstandenen Propheten. Die ganze Nation war aufgewühlt. Scharen von Menschen strömten in die Wüste. Johannes verkündete das Kommen des Messias und rief das Volk zur Umkehr auf. Als Symbol der Reinigung von der Sünde taufte er sie im Wasser des Jordans. Auf diese Weise erklärte er in einem bedeutsamen Lehrstück, dass diejenigen, die für sich in Anspruch nahmen, das auserwählte Volk Gottes zu sein, durch die Sünde verunreinigt waren und dass sie ohne Reinigung des Herzens und des Lebens keinen Anteil am Reich des Messias haben konnten. Fürsten und Rabbiner, Soldaten, Zöllner und Bauern kamen, um den Propheten zu hören. Die feierliche Warnung Gottes erschreckte sie eine Zeit lang. Viele wurden zur Umkehr gebracht und ließen sich taufen. Menschen aller Stände beugten sich der Forderung des Täufers, um an dem von ihm angekündigten Reich teilzuhaben. Viele der Schriftgelehrten und Pharisäer kamen, bekannten ihre Sünden und baten um die Taufe. Sie hatten sich selbst als besser als andere Menschen gepriesen und das Volk dazu gebracht, eine hohe Meinung von ihrer Frömmigkeit zu haben, nun wurden die schuldhaften Geheimnisse ihres Lebens enthüllt. Aber Johannes war vom Heiligen Geist beeindruckt, dass viele dieser Männer keine wirkliche Überzeugung von der Sünde hatten. Sie waren Menschen, die sich aus Nützlichkeitserwägungen zu ihren Gunsten, schnell und bedenkenlos der jeweils gegebenen Lage anpassten. Sie hoffen, wenn sie Freunde des Propheten wären, dass sie bei dem kommenden Fürsten Gunst finden würden. Und indem sie sich von diesem beliebten jungen Lehrer taufen ließen, dachten sie, ihren Einfluss auf das Volk zu stärken. Johannes begegnete ihnen mit der vernichtenden Frage. Ihr Schlangenbrot! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte hervor, die zur Buße taugen, und denkt nicht, dass ihr sagen könnt. Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott imstande ist, dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Die Juden hatten Gottes Verheißung der ewigen Gunst für Israel falsch ausgelegt. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht am Tag gibt und die Ordnungen des Mondes und der Sterne als Licht in der Nacht, der das Meer teilt, wenn seine Wellen toben, der Herr der Herrscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor mir weggehen, spricht der Herr, dann wird auch der Same Israels aufhören, für immer ein Volk vor mir zu sein. So spricht der Herr. Wenn der Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen für alles, was sie getan haben, spricht der Herr. Die Juden sahen in ihrer natürlichen Abstammung von Abraham einen Anspruch auf diese Verheißung. Aber sie übersahen die Bedingungen, die Gott gestellt hatte. Bevor er die Verheißung gab, hatte er gesagt. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben und es in ihr Herz schreiben und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Einem Volk, in dessen Herzen sein Gesetz geschrieben steht, ist die Gunst Gottes gewiss. Sie sind eins mit ihm. Aber die Juden hatten sich von Gott getrennt. Wegen ihrer Sünden litten sie unter seinen Gerichten. Das war die Ursache für ihre Knechtschaft bei einer heidnischen Nation. Ihr Verstand war durch Übertretungen verfinstert, und weil der Herr ihnen in der Vergangenheit so große Gunst erwiesen hatte, entschuldigten sie ihre Sünden. Sie redeten sich ein, sie seien besser als andere Menschen und hätten Anspruch auf seine Segnungen. Diese Dinge sind zu unserer Ermahnung geschrieben, über die das Ende der Welt gekommen ist. Wie oft legen wir Gottes Segnungen falsch aus und schmeicheln uns, dass wir aufgrund einer gewissen Güte in uns begünstigt sind. Gott kann nicht das für uns tun, was er gerne tun würde. Seine Gaben werden dazu benutzt, unsere Selbstzufriedenheit zu steigern und unsere Herzen in Unglauben und Sünde zu verhärten. Johannes erklärte den Lehrern Israels, dass ihr Stolz, ihre Selbstsucht und ihre Grausamkeit sie eher als ein Geschlecht von Schlangen, als einen tödlichen Fluch für das Volk, denn als Kinder des gerechten und gehorsamen Abraham erscheinen ließen. Angesichts des Lichts, das sie von Gott empfangen hatten, waren sie noch schlimmer als die Heiden, denen sie sich so sehr überlegen fühlten. Sie hatten den Felsen vergessen, aus dem sie gehauen waren, und das Loch der Grube, aus der sie gegraben worden waren. Gott war nicht auf sie angewiesen, wenn es um die Erfüllung seiner Absichten ging. Wie er Abraham aus einem heidnischen Volk herausgerufen hatte, so konnte er auch andere in seinen Dienst rufen. Ihre Herzen mögen jetzt so leblos erscheinen wie die Steine in der Wüste, aber sein Geist kann sie beleben, um seinen Willen zu tun und die Erfüllung seiner Verheißung zu empfangen. Und nun, sagte der Prophet, ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, darum wird jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen. Der Wert eines Baumes wird nicht durch seinen Namen, sondern durch seine Früchte bestimmt. Wenn die Frucht wertlos ist, kann der Name den Baum nicht vor der Zerstörung retten. Johannes erklärte den Juden, dass ihre Stellung vor Gott durch ihren Charakter und ihr Leben bestimmt werden sollte. Ein Lippenbekenntnis war wertlos. Wenn ihr Leben und ihr Charakter nicht mit dem Gesetz Gottes übereinstimmen würden, wären sie nicht sein Volk. Unter seinen herzzerreißenden Worten wurden seine Zuhörer überführt. Sie kamen zu ihm und fragten. Was sollen wir dann tun? Er antwortete. Wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keinen hat, und wer etwas zu essen hat, der tue dasselbe. Und er warnte die Zöllner vor Ungerechtigkeit und die Soldaten vor Gewalt. Alle, die zu Untertanen des Reiches Christi werden wollen, so sagte er, müssen ihren Glauben und ihre Reue unter Beweis stellen. Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Treue würden sich in ihrem Leben zeigen. Sie würden sich um die Bedürftigen kümmern und Gott ihre Opfergaben bringen. Sie würden die Schutzlosen beschützen und ein Beispiel für Tugend und Mitgefühl geben. So werden die Nachfolger Christi die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes unter Beweis stellen. Im täglichen Leben werden Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und die Liebe Gottes sichtbar werden. Ansonsten sind sie wie die Spreu, die dem Feuer übergeben wird. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagte Johannes. Aber der nach mir kommt, ist mächtiger als ich, und ich bin nicht würdig, seine Schuhe zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der Prophet Jesaja hatte verkündet, dass der Herr sein Volk von seinen Sünden reinigen würde durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Feuers. Das Wort des Herrn an Israel lautete. Ich will meine Hand über dich halten und deine Schlacke abwaschen und all dein Zinn wegnehmen. Für die Sünde, wo immer sie gefunden wird, ist unser Gott ein verzehrendes Feuer. In allen, die sich seiner Macht unterwerfen, wird der Geist Gottes die Sünde verzehren. Aber wenn Menschen an der Sünde festhalten, werden sie mit ihr gleichgesetzt. Dann muss die Herrlichkeit Gottes, die die Sünde vernichtet, sie vernichten. Jakob rief nach seinem nächtlichen Ringen mit dem Engel aus. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und mein Leben ist bewahrt worden. Jakob hatte sich in seinem Verhalten gegenüber Esau einer großen Sünde schuldig gemacht, aber er hatte es bereut. Seine Übertretung war ihm vergeben und seine Sünde getilgt worden. Deshalb konnte er die Offenbarung der Gegenwart Gottes ertragen. Aber wo immer Menschen vor Gott traten, während sie vorsätzlich das Böse hegten, wurden sie vernichtet. Bei dem zweiten Kommen Christi werden die Bösen durch den Geist seines Mundes verzehrt und durch den Glanz seiner Ankunft vernichtet werden. Das Licht der Herrlichkeit Gottes, das den Gerechten das Leben schenkt, wird die Bösen vernichten. Zur Zeit Johannes des Täufers war Christus im Begriff, als Offenbarer des Charakters Gottes zu erscheinen. Seine bloße Anwesenheit würde den Menschen ihre Sünde vor Augen führen. Nur wenn sie bereit waren, sich von der Sünde zu reinigen, konnten sie in die Gemeinschaft mit ihm eintreten. Nur wer reinen Herzens ist, kann in seiner Gegenwart verweilen. So verkündete der Täufer Israel die Botschaft Gottes. Viele hörten auf seine Unterweisung. Viele opferten alles, um zu gehorchen. Scharen folgten diesen neuen Lehrer von Ort zu Ort, und nicht wenige hegten die Hoffnung, dass er der Messias sein könnte. Aber als Johannes sah, wie sich das Volk ihm zuwandte, suchte er jede Gelegenheit, ihren Glauben auf den zu lenken, der kommen sollte.